Terminserien sind in Outlook eine wunderbare Möglichkeit, um schnell viele regelmäßige Termine anzulegen. Nur leider gehen Ausnahmen verloren, wenn ihr die Terminserie ändert. Warum das so ist und was ihr dagegen tun könnt, das seht ihr gleich. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Ich habe hier schon mal eine Terminserie vorbereitet, und zwar eine Terminserie – ich mache die gerade mal auf, dass ihr das sehen könnt – eine Terminserie, die von 8.30 Uhr bis 8.45 Uhr, also eine Viertelstunde, ist täglich, jeden Arbeitstag. Sie beginnt am 20.09. und sie endet am 13.12. In älteren Outlook-Versionen sind Standardserien immer ohne Enddatum. In den neueren Versionen haben wir tatsächlich automatisch ein Enddatum. Das sind zwar relativ viele Termine, aber es ist immerhin schon mal automatisch ein Enddatum. Ihr werdet sehen, das hat gewisse Vorteile für das, was wir jetzt machen wollen. Wenn ich jetzt hier sage, ich ändere irgendetwas an dieser Einstellung, egal was – Beginn, Ende, Seriendauer – auch wenn ich nur hier ein paar Minuten ändere, dann führt das dazu, dass alle Ausnahmen verloren gehen. Ich mache das jetzt mal hier über das Enddatum. Ich sage mal, endet am 14.12. bestätige mit OK. Ihr seht, wenn Sie bestimmte Termine in der Terminserie geändert haben – das wären hier die ganzen Ausnahmen, die ich gemacht habe – dann werden die verworfen. Ich bestätige mit OK. Erst mal denke ich, das war doch nicht geschadet. Wenn ich dann aber auf Speichern und Schließen gehe, dann seht ihr, alle Ausnahmen sind verloren. Es gibt jetzt zwei Ansätze, um das zu lösen. Outlook bietet da nicht wirklich was, sondern man muss sich eben was überlegen. Der eine Ansatz ist, dass ich immer in dem Moment, wo ein Termin stattfindet, den von der Serie entkoppel, sodass ich später die Serie ändern kann, wie ich will, es aber nicht mehr sich auf die stattgefundenen Termine auswirkt. Die zweite Variante ist, dass ich die überschüssigen Termine rauslösche und die Serie lasse, wie sie ist, damit ich nicht durch das Ändern der Serie die Ausnahmen verliere. Zur ersten Lösung. Ich möchte praktisch immer dann, wenn ich einen Termin durchführe, möchte ich ihn von der Serie entkoppeln. Sagen wir mal, am 21. findet der Termin nicht von 8.30 Uhr bis 8.45 Uhr statt, sondern, sagen wir mal, von 10 bis 10.15 Uhr. Dann würde ich den Termin nehmen und ihn jetzt nicht einfach hierhin verschieben, sondern ich drücke die Steuerungstaste dazu und kopiere ihn damit. Damit habe ich den Termin, der tatsächlich durchgeführt wird, als eigenständigen Termin, unabhängig von der Serie, und das Serienelement hier – rechtsklick, löschen – das lösche ich. Das mache ich nicht nur für Ausnahmen, sondern das mache ich auch für Termine, die genau zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. Das heißt, ich klicke die einfach an, halte sie fest, kopiere sie und habe sie damit entkoppelt und lösche den Serientermin raus. So mache ich das jedes Mal, wenn ein Termin stattfindet. Dann gibt es eine Kopie, und das Serienelement wird gelöscht. Wenn ich jetzt später die Serie ändere, egal wie ich sie ändere – sagen wir mal, sie soll am 1. Oktober von 9 bis 9.15 Uhr sein, ab dem 1. Oktober – dann würde ich sie einfach ändern. Die ganzen vergangenen Termine sind entkoppelt von der Serie, und die Änderung betrifft sie also nicht. Das wäre die eine Lösung. Die zweite Lösung wäre, ihr macht ganz normal Ausnahmen, wie ihr das vielleicht auch bisher gewöhnt seid. Wenn ihr dann sagt, okay, ab dem 1. Oktober möchtet ihr, dass die Serie ganz anders aussieht, dann geht ihr hier und löscht jetzt ab dem 1. Oktober – und das muss man für jeden Termin einzeln machen in der Serie – löscht ihr die überschüssigen Termine raus. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand, wobei es davon abhängt, wie viele Termine in der Serie noch übrig sind. Wenn ihr jetzt also Serien macht, die üblicherweise so 10, 20 Termine haben, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn ihr Serien macht, die 60 Termine haben, und ihr entscheidet euch erst nach 50 Terminen, dass ihr was ändert, dann löscht ihr die restlichen 10 raus – auch kein Problem. Wenn ihr aber Serien habt – und das gibt es eben immer wieder, gerade wenn die Serien noch mit alten Outlook-Versionen angelegt sind, in denen hier kein Enddatum steht – dann habt ihr ein Problem, weil kein Enddatum heißt eben, die werden bis 4000 irgendwas fortgeführt, und das dann rauszulöschen, das ist fast unmöglich. Das heißt, man könnte sagen, für die zweite Variante, nämlich restliche Termine, rauslöschen, müsst ihr unbedingt einen Endtermin angeben. Probiert die beiden Varianten aus, entkoppeln durch kopieren oder restliche rauslöschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Erfahrungen oder was ihr da noch für Fragen dazu habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.